Reisen, Vater, Opferung hieß das Ganze. Ich guck nur... Ruhe Mauer von Lothric. Ich guck mich noch mal ganz kurz hier um, ob ich diese Loretta irgendwo finde. Lose Enden und so, ne? Wo ist mein Lose Endenzettel? Ah, da. Ich schreibe jetzt mal kurz Loretta rauf. Loretta. Mauer. Unten. Also, ich hoffe mal. Ah, ne, hier, hier war gleich gar Gold. Also, ich hätte auch einfach zu dem ersten Leuchtturm im nächsten Weg gehen können. Nee. Ja, und wenn ich hier zurückgehe, dann komme ich nur wieder... ...zu den ganzen Rittern. Da oben hatte ich mich ja schon einigermaßen umgeguckt, oder? Ich glaube, Schuhe. Schwung. Nicht gut. Nerviger Feuerbolzen-Schmeißer da. Die komische Frau in der Kirche heißt nicht Loretta, oder? Hat man deren Namen überhaupt bekommen? Oh, nicht beide auf einmal. Nein, 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 nein. Guck mal her. Au. Ja, genau deswegen habe ich Stamina erhöhen wollen. Und was so schön ist, eine Ritter-Helm. Wäre übrigens auch ein Grund, warum ich farmen könnte, wenn ich irgendwo ein richtig schönes Set finde, das auch zu dem Char passt. Also die Ritter-Rüstung jetzt nicht unbedingt, die ist zu schwer. Aber wenn ich irgendwo jetzt ein super-duper-Assassinen-Outfit finde, in anliegendes schwarzes Leder, oder keine Ahnung, dann würde ich das wahrscheinlich grinden wollen. Aber jetzt halt nicht. Du heißt Loretta. Geht zum Fuß der Hohen Mauer und findet die Aschschüsse. Ich dachte, wir sind in der Hohen Mauer und der Fuß ist da unten bei dem Hund. Den Hund haben wir getötet. Versteckt er sich hier irgendwo in so einem kleinen Seitengang, oder? Hier sind lauter tote Typen. Oh, achso, du bist nur random loot von dem Hund. Schätzen, ja. Oh, viel random loot. Hm, 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 hm. Ihr seid alle wirklich tot. Ja, ich glaube auch nicht, dass einer von euch Loretta heißt. Oh, ist da eine Tü? Nein. Leid, nein. Hier ist nix. Okay, dann nochmal die Gagallnummer. Und dann schaue ich mich da um, wo ich den Zauberer gefunden hatte. Auch wenn es komisch wäre, dass denn zwei NPCs quasi direkt nebeneinander gefunden werden können. Aber für Asche tut das so. Schafft, deshalb Zeit für Freude. Ja, später wieder das Banner hochhalten. Ich würde ganz gerne erstmal ne Übersicht bekommen. Hier ist sonst keine hohe Mauer. Die hohe Mauer ist das... Ne, das ist die Burg. Ähm. Ich guck mal von unten nach oben, vielleicht seh ich so die Mauer besser. Weil das ganze Gebiet heißt ja hohe Mauer. Und da oben kommen wir her. Ja, das ganze Ding ist eine Mauer. Und am Fuß... Aha. Was? Drache? Vielleicht ist das damit gemeint. Ich wüsste nicht, wie man da hinkommt. Aber das sieht aus wie ein Untergebiet. Und das wäre definitiv am Fuß der hohen Mauer. Hm. Irgendwie fühle ich schon Leute in den Kommentaren rumschreien. Nein, das ist nicht die Mauer. Das ist doch hier und da. Ja, das merke ich nur leider gerade nicht. Da waren Hunde. Nom, 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 nom. Schön, wie ihr ihr erstmal zu Ende gekaut habt. Bevor ihr mich angegriffen habt. Ist tot hier. Ihr seid alle tot hier. Verbundete voraus. Das war der Magier. Aber keine Loretta. Zeit für Pilger. Drüben ist sogar Loot. Seht ihr das weiße Fizzle-Ding da? Ich glaube, das ist Loot. Kann ich den Drach noch vielleicht ein bisschen provozieren, dass er mir irgendwie die Möglichkeit bietet, darüber zu kommen? Naja, das ist nur wieder so ein versteinertes Ding. Bist du wirklich Loot? Ja, bist du. Also es geht auf jeden Fall darüber. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Okay, warte. Ich muss zurück. Ich muss hier weg. Geh mir nicht hin. Hol mich raus. Ist da. Geht das hier? Ich muss zurück ganz im Anfangsgebiet. Wahrscheinlich sogar direkt zum Leuchtfeuer, das auch heißt. Hohe Mauer. Was da natürlich noch viel mehr Sinn und noch viel offensichtlicher ist. Ja, und da dann den Gang finden, der nach da unten führt. Könnte eine von den abgelassenen Türen sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich dafür schon Schlüssel gefunden habe. Oder schaue ich dann, wenn ich gleich da bin. Kann ich vielleicht... Oh ja, was alles kaputt ist, okay. Können wir sehen. Kann ich vielleicht hier von anderer Art Gargoyle abgeholt werden, die mich dann darüber bringen? Nö. Hier geht es auch nicht weiter, okay. Also, hohe Mauer. Geh, geh. Da hoch. Nicht antatschen. Reisen. Die wollen mich doch alle verarschen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass dieses Gebiet wirklich Boden der hohen Mauer heißt. Und ich werde explizit darauf hingewiesen, geh zum Boden der hohen Mauer. Also, Fuß der hohen Mauer hieß es, glaube ich. Das heißt, dann ist sie vielleicht doch in diesem Untergebiet, aber dann hinter dem Tor, das man da gerade sieht. Wo die Hunde freigelassen werden. Okay. Kommen wir auf die Liste. Ich will jetzt trotzdem zurück zur hohen Mauer von Lothric. Und mich dann umgucken nach einem Dropshaft oder Turm oder was auch immer, der nach unten führt, zu dem Drache hin. Okay. Ganz am Anfang. Von da kamen wir. Von hier oben. Hier. Hier sind wir ganz am Anfang angekommen. Hier hat sich nicht wirklich irgendwas geändert, oder? Nö. Gucken wir halt nur, ob hier irgendwas Aktivierbares ist oder so vielleicht. Nein, okay. Dann... Immer noch sehr beeindruckend. Hier geht es da, Richtung Kirche. Hier war irgendwo auch der... Genau, da waren Heckenschütze. Bist du noch da? Oder habe ich dich schon oft genug gekillt? Das waren bestimmt noch keine 10 oder 12 Mal. So, da unten war eine Abkürzung. Und kommt. Aber das ist nur eine Abkürzung, die Richtung... ...runter führt. Zu dem Dicken Ritter. Und dann auch später die Kirche da hinten. Die Kirche da hinten ist das, wo die Lady drin ist. Und da gegenüber ist dann die Stelle, wo... ...der Hundeboss war. Das heißt, da will ich gar nicht hin. Ich will woanders hin. Ich versuche mich gerade nur zu orientieren, wo das denn wäre. Die Stelle mit dem Drachen. Oh. Ja, hi. Kann ich das von hier aus überhaupt? Ja, kann ich. Stell dich mal ordentlich hin. So, da... Da ist die Lady. Wie kommen wir eigentlich da oben hin? Egal. Da ist die Lady, die sagt, bist du nicht... Eine Hohlgeburt wollte ich schon sagen. Bist du nicht eine Aschengestalt? Willst du nicht die Aschefürsten holen? Und dann schickt sie mich zum Hund. Der Hund ist unter mir. Ja. Der ist hier... ...drunter. Hier unten ist der. Das Hai... Oh. Und immer noch ganz schön zäh. Ich glaube, das ist die allererste. Und ich bin zu Tolkien gewesen, ja. Nochmal. So, jetzt aber. Hier unter mir ist jetzt der Hund. Das heißt, in die Richtung müsste man jetzt... Äh, ich sehe nichts. Nimm es oben. Schwing. Ah, 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 ah. Nein. Da müsste die Untotenstadt sein. Von einem besseren Aussichtspunkt. Nehmen wir doch einfach mal den Turm. Weil vom Turm würden wir wahrscheinlich nicht runtergucken können. Oh, hier war... Na, ich hasse. So. Hier. Hier würde ich mal gucken. Das ist schwer zu sehen. Ich glaube, da ist die Untotenstadt richtig. Also schräg vorne rechts von Wendeln. Ja. Okay, das heißt, der Hund ist doch nicht hier drunter. Sondern er ist weiter in der Richtung drunter. Guck mal. Ja, da in der Schlucht irgendwo. Also in der Richtung. Das heißt, wir müssen da hinten irgendwo hin? Also wenn man jetzt in der Tür steht. Also man hat gerade den Hundepost besiegt. Und geht dann durch das Tor noch draußen. Wo die Gargoyle sind. Wenn man dann von sich aus nach links guckt. Und dann runter. Da müssen wir hin. Da ist der Drache. Den ich angepingt habe. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da vor dem was hinkomme. Also hier war einfach nur Sackgasse oder wie, ne? Ja, hier war der eine komisch schwarze Typ. Der immer wieder Glut gibt. Und hier geht es leider nicht hoch. Nö. Okay. Dann wieder runter. Wieder zurück zur Mitte. Da. Ich muss immer noch in die Richtung da hinten. Obwohl der Turm hier genau hin führte. Waren, glaube ich, diese kleinen Assassine. Hallo. Die gländlichen Secrets. Ne. Darum, darum. Hier runter. Das habe ich alles schon mal kaputt gemacht. Sagen wir mal nichts. Da unten ist Instant-Totfall-Schaden. Richtig. Ja, das sieht nicht so aus, wenn man da runter springen könnte. Okay. Äh. Ein Ausgang. Hier war der Hinterhalt, ne? Jupp. Hallo, Hinterhalt. Schon habe ich die Orientierung einigermaßen verloren. Wo jetzt der Hund ist und dergleichen. Aber es ist nicht schlimm, weil es gibt ja nur einen einzigen Weg, den ich gehen kann. Was sagst du? Also du sagst Hinterhalt. Achso, oh, das ist sehr gut. Hier. Nein, das ist die falsche Kirche. Da ist die Kirche. Oh, ey, hey, hey. Boah. Was ist das wahr gemein? Hey, du. Also, Kirche. Ich bin schon wieder beim Hundeboss, ich weiß. Kirche, Hundeboss, in die Richtung weiter. Ich muss also auf die andere Seite da oben hin. Nein, ich... Ich wollte auf den Bogen wechseln, so machen und dann euch zeigen, wo ich hin will. Da drauf will ich hin. Und dann da irgendwo einen Weg nach unten hin. Und jetzt habe ich mir gerade die Chance verbaut. Eck. Ich habe die Chance verbaut, jetzt da oben rum zu laufen. Also, mein Plan wäre gewesen, da oben lang zu laufen. Da einmal komplett rum, wenn das irgendwie geht, da hoch zu gehen. Die Leiter. By the Lady. Frau. Alten Dame, was auch immer. Das könnte komplett genau da hinten, wo ich hin will. Wie geht das nur? Wie kriege ich die Leiter runter? Wahrscheinlich erst, wenn ich genug Aschefürsten zurückgebracht habe. Weil das will sie ja... Das zieht sich dann aber ganz schön lange. Aber wer sagt, dass man die Leiter zu Wort erreichen muss, hm? Ja, gut. Das heißt, das kommt jetzt auf eine andere Stelle der To-Do-Liste. Hat nichts mit der Loretta zu tun. So, das ist einfach... Äh, wie nenne ich das? Äh, wie nenne ich das? Äh, wie nenne ich das? Unter-Burg-Vorsiedlung? Drachenbrücke. Drachenbrücke. Und dazu denn noch Lady-Kathedrale. Das sollte alles an Hinweisen haben, dass eine zukünftige Regierung man braucht, um zu wissen, was gemeint ist. Allerdings werde ich jetzt mal gucken, ob die Leiter vielleicht runtergefahren ist in der Zwischenzeit. Sie sagt ja nichts Neues. Sie sagt, du gehst endlich los, blablabla. Dann fährt die Leiter ja trotzdem runterkommen. Die wird erst runterkommen, wenn man da selber von der anderen Seite kommt. Und ich weiß nicht, wie man da hinkommt, also war es das hier. Okay, nächster Schritt. Geh. Benutzen. Feuerbahn schreien. Und es tut mir jetzt leid für die Leute, die ungeduldig sind und wissen wollen, was beim Fahrt des Wandels alles ist. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, nach und nach ein paar von den losen Enden anzugehen, dann werde ich das ähnlich machen wie bei allen anderen Souls-Titeln bisher und auch bei den meisten anderen Spielen bisher, die ich Let's Played habe. Und zwar werde ich dann zu sehr rushen. Und wenn ich zu sehr rushe, verpasse ich locker 50% von dem Spiel, die ganzen Nebengebiete nämlich, und das wäre mir zu schade. Deswegen drostle ich mich jetzt selber immer und mache dann zwischendurch genau solche Sachen wie jetzt eben gerade. Also eine halbe Stunde lang in Gebieten rumtollen, wo ich eh schon einmal durch bin. Einfach nur, um die Chance zu haben, noch irgendwas zu finden, was man vorher nicht gesehen hat. Und deswegen werde ich in der nächsten Folge auch nicht zum Fahrt des Wandels gehen, sondern entweder mich direkt vor dem Schreien nochmal umsehen, das ist ja auch noch ein Punkt der To-Do-Liste, oder ich gehe zu dem Leuchtfeuer, dem Boden der Hohen Mauer, gehe durch das erste Tor durch, wo die Hunde freigelassen werden, und schaue mich dann da sehr gründlich um, in der Hoffnung, dass da Loretta ist. Also in dem Untergebiet, Boden der Hohen Mauer. Das heißt, wenn ich bei dem Leuchtfeuer hier ankomme, bin ich zu weit. Aber zwischen dem und dem Leuchtfeuer schaue ich mich dann sehr intensiv um, und etwas Glück finde ich dann ja auch schon diesen Irrsinns-Pfad. Da hätte ich nämlich zwei Punkte von der To-Do-Liste gleichzeitig abgehakt. Joa, das klingt gut. Also bis gleich. ARD Text im Auftrag von funk, 2017 Vielen Dank.